Okay, also irgendwie wünsche ich mir bei dem ganzen KI-Thema ja Geschwindigkeit ohne Ende und auf der anderen Seite kommt dann so viel schnelles Neues, dass ich mir denke, langsam, ich habe doch jetzt gerade keine Zeit, mich in das alles einzuarbeiten. Wenn es dir genauso geht, dann haben wir gute Nachrichten für dich, denn wir haben uns eine neue Entwicklung oder eine Entwicklung der letzten Zeit haben wir uns angeschaut und zwar ist aus Spark, ja, Gemini geworden. Was heißt denn das jetzt, Patrick? Oder sogar Gemini, man weiß es nicht. Ich freue mich sehr, dass wir hier am Start sind und natürlich den schlauen Stefan am Start haben, mit dem ich schon auch in anderen Formaten gemeinsam über KI philosophieren und didaktischen Mehrwert schaffen durfte. Sarah, du warst ja auch dabei und von daher freue ich mich sehr, dass wir jetzt hier gemeinsam eskalieren. Stefan, lass uns doch gerne mal direkt reinspringen und dann werden wir auch über das Format dich weiter kennenlernen. Du kannst, während du natürlich hier schon mal so ein bisschen die Oberfläche zeigst, nochmal kurz natürlich auch dich vorstellen. Ja, gerne. Ja, ich bin eigentlich B2B Copywriter, habe mich aber schon vor Jahren sehr viel mit KI beschäftigt und bin jetzt seit einem Jahr auch Berater für KI und habe auch eine eigene Academy und zeige den Leuten Tools wie JetGPT bis Mitschern. Und wir fangen mal ganz simpel mit der kostenlosen Version an. Und die begrüßt mich auch ähnlich wie JetGPT, wenn ihr das Interface kennt. Es ist sehr vertraut. Es begrüßt einen zwar ein bisschen persönlicher, also man ist eingeloggt mit seinem Google Account und Gemini kennt also deinen Namen. Und hier in diesem Bereich gibt es diese sogenannten Conversation Starters, die wir von JetGPT auch schon kennen. Also ich kann hier einfach auf irgendwas draufklicken, zum Beispiel Tipps für Bewerbungsschreiben und kriege dann normalerweise, jetzt kommt er, diesen Prompt automatisch. Und hier ist auch so eine Variable, die könnte ich jetzt überschreiben und könnte was anderes da reinschreiben. Aber jetzt lassen wir den Prompt hier einfach mal so und drücken dann auf Senden. Und dann sehen wir auch schon, dass Gemini recht zügig antwortet. Also am Anfang war das noch viel schneller. Anscheinend hat es sich jetzt ein bisschen rumgesprochen. Am Anfang haben alle gejubelt. Aber das war ja bei JetGPT auch mal zeitweise so. Da ändert sich nichts. Gute Nachrichten. Es soll ja auch so sein. Also wir arbeiten ja mit natürlicher Sprache. Wir unterhalten uns einfach mit dem Bot. Und daher funktionieren die Prompts und die Tricks, die wir von JetGPT kennen, wenn ihr schon welche kennt, die funktionieren einfach weiter. Wie wir auch gerade gesehen haben, solche Variablen hat das Ganze ja schon automatisch eingefügt. Es gibt allerdings im Interface einen Unterschied, den ich sehr praktisch finde. Ich könnte jetzt hier auf diesen Stift klicken und kann jetzt ihm zum Beispiel sagen, du bist, kann ihm eine andere Rolle geben. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, du bist HR-Experte. Dann könnte man nochmal sagen, aktualisieren und so praktisch den Prompt nochmal abschicken in der veränderten Version. Also die Funktion finde ich tatsächlich sehr praktisch. Und was auch ganz nett ist, wir haben hier immer diese drei Vorschläge, mit denen ich dann ähnlich wie ein Perplexity, falls ihr das kennt, da sehe ich dann eigentlich oben die Quellen. Aber manchmal erscheint das auch in JetGPT für meinen Geschmack, aber viel zu selten. Und hier kann ich dann einfach zwischen diesen drei Vorschlägen umschalten oder ähnlich wie in Midjourney. oder Dolly hat am Anfang auch drei, vier Vorschläge generiert und ihr könnt dann einfach durchklicken. Das ist ganz nett. Also meistens sind diese Vorschläge auch ausgeblendet. Ich arbeite mich dann zu Vorschlag zwei oder drei, meistens nur, wenn ich unzufrieden bin. Finde das hier aber auch ganz praktisch. Aber das haben wir ja in JetGPT auch. Allerdings klebt es dann unten in dem Prompt-Fenster drin, einfach, dass man es nochmal neu generieren kann. Ganz lustig ist allerdings, man kann sich das Ganze vorlesen lassen, das Ergebnis. Also hier mit dem Klick auf dem Lautsprecher. Ich weiß es nicht, ob man es... Tipps für ein erfolgreiches Anschreiben. Eins. Also ist nicht die angenehmste Stimme, aber man kann es sich vorlesen lassen. Und ebenfalls sehr praktisch und auch ein Unterschied zu JetGPT ist dieses Fenster, dieser Dialog hier. Also ich kann hier mit einem Klick aufklappen und auch hier wieder so eine Art Prompting-Hilfe. Ich kann jetzt sagen, mach das Ganze nochmal, mach es einfacher. Also in einer neuen Tonalität und dann wird es neu generiert. Es sind wirklich kleine, nette Verbesserungen am Interface, das muss man wirklich sagen. Und die kostenlose Version ist wirklich schnell und auch schon recht gut. Und was mir auch wirklich gut gefällt, ist hier wieder ein extra Vorteil von Google. Ich kann die Antwort überprüfen lassen. Stichwort Halluzination. Ja, also ich sehe jetzt hier, was wahrscheinlich stimmt, weil er ähnliche Sachen findet. Und wenn er nichts Relevantes findet, dann warnt er mich davor. Ich finde auch nicht schlecht. Manchmal macht er das, dass er solche Kontextfragen mir noch anbietet. Das ist ein bisschen ähnlich wie in Perplexity, falls ihr das kennt. Und ich hätte es mir aber fast gewünscht, dass er das immer macht. Das ist alles so ein bisschen unregelmäßig. Ja, und dann kann ich es hier kopieren, kann es teilen. Und das ist auch ganz nett. Also wenn man viel mit dem Office von Google arbeitet, also mit Google Docs, dann ist das wirklich ganz praktisch. Man muss hier nicht umständlich auswählen oder irgendwie das Ganze auswählen, sondern man kann das hier mit einem Klick in Google Docs exportieren oder in Gmail exportieren. Also ich mag auch zum Beispiel in Sachen Interface das Interface von Notion sehr gern. Das ist eigentlich eine Notiz-App, ist aber mit KI-Anbindung, also Chat-GPT-Anbindung, extrem intelligent. Da klebt immer der Dialog direkt am Text. Und dann kann ich sagen, nochmal in einer anderen Tonalität und kann direkt weiterarbeiten. Und ich würde eigentlich auch empfehlen, wenn ihr nur die Gratis-Version habt, dann probiert mal lieber den Co-Pilot von Microsoft, den es gratis im Web gibt, weil der basiert auf GPT-4 und 3.5 zu 4 ist wirklich ein Riesenunterschied. Ich würde sagen, dass beide ungefähr vielleicht gleich auf sind, obwohl mir also bei Chat-GPT von der Konsistenz der Antworten her, also von der Qualität der Antworten her, finde ich Chat-GPT weitaus konsistenter einfach. Also da passiert wenig, womit ich nicht rechne. Das überzeugt mich sehr oft. Und hier bei Gemini, manchmal fand ich es richtig gut und manchmal kommen Sachen, die irgendwie nicht überzeugen. Also was Gemini sehr gut kann, ist Produkte vergleichen. Also da habe ich mal gestaunt. Da habe ich gesagt, was ist das beste Teleobjektiv für die Canon EOS im Bereich bis 600 Euro. Also schon mal eine sehr spezifische Frage. Und da hat er mir wirklich hier einen guten Produktvergleich ausgespuckt mit Links, mit Empfehlungen. Das fand ich ziemlich stark. Das ist echt cool. Ja, guter Punkt. Was dann allerdings wieder ein bisschen komisch ist, er hat drei Vorschläge gemacht und es gibt jedes Mal einen anderen Test-Sieger. Einmal gewinnt das Canon, einmal das Tamron und das mache ich mit inkonsistent. Es ist manchmal irgendwie cool, aber gut, ich meine, das gibt es bei KI immer. Es ist immer so ein bisschen der Zufallsgenerator dabei. Also wenn ihr Produkte vergleichen wollt, probiert das Ganze mal mit Gemini. Und ja, also wenn man dann upgraden will und im Moment spricht nichts dagegen, weil es gibt zwei kostenlose Monate. Also ihr müsst eigentlich, ich glaube, danach muss man es dann einfach wieder kündigen. Ich weiß gar nicht, wie es genau läuft, aber man muss keine Kreditkarten, Daten oder sonst irgendwas eingeben. Also jedenfalls kann man es sich recht unkompliziert holen und kann auch gleich wieder kündigen und hat auf jeden Fall zwei Monate frei geminiert. Ist aber tatsächlich, Stefan, wie beim Google Ads-Konto, wenn du praktischerweise in Chrome schon deine Zahlinformationen hinterlegt hast, geht es noch schneller. Aber tatsächlich ist das eine Pflichtangabe, aber es bedarf dann halt dann entsprechend dann auch der Kündigung wieder. Aber es ist halt, was ich da ganz charmant finde, so ein bisschen mit Amazon Prime zu vergleichen. Das heißt, ich bekomme dann sozusagen die komplette Workspace-Welt von Google mit reingepackt, inklusive Heitern, Jiminy Advanced sozusagen. Genau, mit dem besten Modell, das Ultra 1.0. Das ist wirklich sehr gut. Und man kriegt auch noch zwei Terabyte Speicher dazu. Und wenn man schon so ein Google One Abo hat, dann wird das auch umgerechnet. Also man kann dann auch sagen, ich steige jetzt um. Aber wenn ich dann tippe, einfach mal irgendeinen Test-Account anlegen und sich die zwei Monate holen. Also wenn man, wie ich, jetzt nicht so ganz sicher ist, ob man da dauerhaft drauf umsteigen will. Und danach sieht das Ganze dann so aus. Ich kann hier oben tatsächlich umschalten zwischen der kostenlosen Version. Hier sind wieder diese Conversation Starters. Oder ich kann mir dann eben hier oben auf die Advanced-Version umschalten und bin dann praktisch gleich in dieser Welt drin. Was in meinem Job immer sehr wichtig ist, ist Kreativität. Und das teste ich immer ganz gerne. Ich bin auch Musiker und muss auch Texte schreiben. Und ich lasse mir gerne die KI mal einen Songtext schreiben. Und dann am besten irgendwas Schwieriges. Ich habe zum Beispiel gesagt, also erklär mir doch mal B2B Copywriting in einem Song. Fantastisch. Und er hat das hier wunderbar gemacht. Auf Deutsch, White Paper und mehr. Wir schreiben alles, was dein Herz begehrt. Und das Gleiche habe ich aber auch mal ChatGPT machen lassen. Ah, okay. Also schauen wir mal, was ChatGPT hier getextet hat. Und ich finde, ChatGPT reimt besser. Er kann auch wirklich witzig sein. Also es ist irgendwie originell. Und das ist das, was ich an ChatGPT so sehr schätze. Das ist auch das, was ich als Copywriter immer wieder brauche. Ich brauche originelle Headlines. Ich brauche Formulierungen, die auf dem Punkt sind, die kreativ sind, die frisch klingen. Und das ist einfach bei GPT 4 einfach ungeschlagen gut. Und da hätte ich bei Gemini deutlich mehr erwartet, muss ich echt sagen. Was auch, finde ich, sehr schwierig ist, ist Bilder zu erklären. Und da habe ich mal, da arbeite ich dann gerne mit Memes. Also Humor erklären, weil wir gerade bei witzig sind. Ich nehme dann gerne hier dieses Meme. Erklär mir mal, warum das lustig ist. Ich habe einfach auf das Bild geklickt. Dann kann ich ein Bild auswählen und hochladen. Ja, verstanden. Und kann dazu prompten. Und habe ihn dann einfach gefragt, warum ist das lustig. Und er hält hier Elmo aus der Sesamstraße für das Cookie-Monster. Okay. Aber er kann den Humor ganz gut erklären. Er erklärt auch, dass Humor subjektiv ist. Und ich habe dann nochmal nachgefragt, wer denn bitte die Puppe im Bild ist. Da ist er dann völlig abgestürzt. Auf Bild, Lilly, was auch immer das ist. Leider hat Google gerade damit geworben, dass er Bilder besser verstehen kann. Ich habe jetzt aber letzte Woche noch herausgefunden, in Deutschland ist es wohl so, dass diese Bild-Engine noch nicht so ganz übekommen ist. Also er kann zum einen noch keine Bilder generieren. Er kann auch noch nicht wirklich Bilder lesen. Also nur so halb. Im Moment basiert das wohl auf Google Lens. Und deswegen ist das nur so halb gut. Und ich habe das Gleiche auch nochmal bei JetGPT analysieren lassen. Ja, aber es ist halt einfach abgefahren. Ja, und ich finde, er erklärt den Humor auch besser. Was ja wirklich die gleiche ist. Ich höre so ein bisschen raus, Stefan. JetGPT ist nach wie vor das präferierte Tool im Vergleich zu Gemini, obwohl es ja relativ neu ist. Es ist schwer, davon wegzukommen. Also ich wäre bereit, zu wechseln. Also einfaches Beispiel. Wenn es um Echtzeit-Websuche geht, wechsle ich auf Perplexity immer. Ich habe jetzt zum Beispiel die Frage, was ist wichtig bei B2B-Copy? Irgendeine Frage. Ja. Irgendeine schwierige Frage. Da würde jetzt in JetGPT Bing anspringen, würde irgendwas suchen. Manchmal wäre das Ergebnis gut, manchmal nicht. Perplexity ist einfach, ich nenne es die Wissensmaschine, es ist einfach unschlagbar. Also man kann da tiefe Recherchen innerhalb kürzester Zeit machen. Er zapft mir verschiedene gute Quellen an, zwölf mehr sogar, und schreibt mir dann in kürzester Zeit eine Antwort auf diese Frage, die wirklich fundiert ist. Und ich kann danach auch immer noch auf diese Links klicken und weiß sogar, wo das Wissen herkommt. Und so etwas Ähnliches hatte ich mir eigentlich bei Gemini erhofft. Ich meine, Google ist Google und sitzt da wirklich an der Quelle. Und so etwas ist auch in Ansätzen da. Zum Beispiel habe ich beim Super Bowl mal gefragt, wie der Stand des Spiels ist. Ach, spannend. Oder danach nochmal, wer hat ihn gewonnen? Und da hat er wirklich ganz gute Links auch rausgesucht. Er konnte auch erklären, warum das Spiel spannend war. Fand ich auch schon mal gut. Und Pergans gute Prognosen für die nächste Saison irgendwie. Es soll auch ganz gut klappen, YouTube-Videos zusammenzufassen. Das fände ich schon nochmal ein echtes Feature, was sich lohnt, weil da gibt es so viel Wissen und man hat oft nicht die Zeit, sich alles anzugucken. Wenn Gemini es jetzt schafft, irgendwie gleichzuziehen oder fast gleichzuziehen, ChatGPT steht wahrscheinlich kurz vorm Release von GPT-5. Dann sehe ich da wieder einen großen Unterschied. Gleichzeitig hat man solche Sachen wie PDFs hochladen und Fragen zu PDFs stellen. Man hat den GPT-Store. Man kann seine eigenen GPTs bauen. Es gibt die ganzen Plugins. Es gibt Zusatztools für ChatGPT. Gemini tritt gegen ein ganzes Universum an, hat aber trotz allem ja auch ein spannendes eigenes Universum. Und da ist so die Vernetzung mit Docs schon ganz cool. Aber ich hätte mir da irgendwie mehr erwartet. Mehr Vernetzung, mehr Anbindung an Google, mehr Anbindung an YouTube. Aber vielleicht kommt das ja alles noch. Wir sind gespannt. Wir auch. Vielen, vielen Dank, lieber Stefan, für diesen kleinen Rundumblick rund um Gemini und den Vergleich, was kann jetzt ChatGPT und Gemini jeweils in der Bezahlversion. Vielen, vielen Dank. Wenn wir jetzt irgendwie noch was übersehen haben, wo du sagst, warte mal, da wollte ich noch was wissen, dann schreib uns gerne deine Frage in die Kommentare. Wir haben den Stefan quasi auf Kurzwahl und können ihn in jedem Fall noch mal fragen, sollte bei dir jetzt irgendwo noch ein großes Fragezeichen sein. Lieber Stefan, ich sage schon mal vielen Dank. Und ich schicke jetzt einfach mal rüber zum Patrick. Und der, denke ich, schickt dann noch ganz kurz zu dir. Ja, fantastisch. Also vielen Dank für diese pragmatischen Fälle, die du jetzt hier aufgezeigt hast. Einfach mal kreativ, aber auch inhaltlich zu prüfen, mit welchem Modell kann ich jetzt bestmöglich arbeiten. Ich bin wieder schlauer, Stefan. Vielen Dank dafür. Ich bin nichts anderes gewohnt. Und die letzten Worte gehören ganz dir. Ja, ich danke euch. Hat super Spaß gemacht. Und es bleibt spannend. Ständig kommen neue Tools raus. Ich denke, da gibt es noch viel zu besprechen. Bis zum nächsten Mal.